Im Folgenden möchte ich Ihnen ausgehend vom Arbeitspapier 15 des Hochschulforums Digitalisierung »Digitale Lernszenarien im Hochschulbereich«, das im Auftrag unserer Themengruppe erstellt wurde, ein Drei-Stufen-Modell vorstellen, mit dem einzelne Lehrveranstaltungen bezüglich ihres Digitalisierungsgrades klassifiziert werden können, mit dem aber auch der Digitalisierungsstand und zukünftige Digitalisierungsperspektiven ganzer Hochschulen abgeschätzt werden können. Ausgangspunkt dieses Modells ist eine Aufspaltung des Lehrens und Lernens in zwei Phasen. Eine Phase der Inhaltsvermittlung und eine anschließende Phase der Inhaltsvertiefung. Beide Phasen können nun mit unterschiedlichen Elementen digitalisiert werden. Mit Hörsaal-Technologien in eventuellen Präsenzphasen, mit softwarebasierten Elementen im Internet oder mit ganzen Szenarien, die den Lehr- und Lernprozess umgeben. Da das nicht auf einen Schlag geschehen kann, bietet sich ein Drei-Stufen-Modell an, bei dem auf Stufe 1 die klassische Lehre digital angereichert wird, auf Stufe 2 digitale Elemente vollständig integriert werden und auf Stufe 3 schließlich beide Phasen des Lehrens und Lernens vollständig digitalisiert sind. Mit zusätzlichen digitalen Szenarien, wie zum Beispiel das kollaborative Szenario über soziale Netze oder Individualisierungsszenarien lassen sich alle drei Stufen beliebig anreichern. Schauen wir uns die einzelnen Stufen einmal näher an. Die klassische Hochschullehrre mit der orts- und zeitgebundenen Inhaltsvermittlung und anschließenden, zumeist selbstbestimmten Inhaltsvertiefung ist ja schon heute mit digitalen Elementen angereichert und trägt damit mit digitalen Texten und Skripten der Alltagswirklichkeit der Studierenden in gewisser Weise schon Rechnung. Mit mobilen Endgeräten im Hörsaal und Vorlesungsaufzeichnungen zur Vertiefung werden bisweilen weitere digitale Elemente eingesetzt und manchmal sogar durch soziale Netze unterstützt. Dadurch allerdings entsteht in Zeiten der weitestgehend abgeschafften Präsenzpflicht ein Dilemma. Mit der digitalen Anreicherung tragen wir der Alltagswirklichkeit unserer Studierenden Rechnung, reduzieren aber gleichzeitig, was niemand gern zugibt, die Präsenzteilnahme. Dabei ist es gerade die Präsenz, die den Hochschulen eine große Chance im Zeitalter der Digitalisierung der Lehre eröffnet, allerdings erst dann, wenn die digitalen Elemente vollständig in die Lehre integriert werden. Dieses erweiterte Modell der Integration dreht nun die Verortung der Aktivitäten um und wird daher auch Inverted Classroom genannt. Die Inhaltsvermittlung ist nun vollständig digitalisiert, die Vertiefung findet unter Begleitung im Hörsaal statt. Aus diesem Modell ergeben sich neue Kursformate. So lassen sich mit dem 2-in-1-Konzept zwei Zielgruppen mit unterschiedlichen, jetzt digitalisierten Inhalten und in einem Hörsaal bei entsprechender Sitzordnung mit maßgeschneiderten Vertiefungsmaterialien versorgen. Mit dem flexiblen On-Campus-Kurs, kurz FLOG, lässt sich zusätzlich die digitalisierte Inhaltsvermittlungsphase zeitlich flexibler gestalten, sodass als Konsequenz Studierende das Datum ihrer Abschlussprüfung beeinflussen können. Ein digitaler Dreitagesrhythmus führt zu einem Abschluss nach acht Wochen, ein Fünftagesrhythmus zu einem Abschluss nach elf Wochen und der Standardrhythmus von sieben Tagen, das heißt also einer Lerneinheit pro Woche, hat einen Abschluss zum regulären Semesterende zur Folge. Hier sehen Sie eine typische Inverted Classroom-Veranstaltung mit ihren digitalen Elementen, bei denen übrigens Vorlesungsaufzeichnungen in der Inhaltsvermittlung keine Rolle spielen und auch PowerPoint in der Inhaltsvertiefungsphase nicht mehr zum Einsatz kommt. Auf Stufe 3 finden wir nun beide Phasen des Lehrens und Lernens vollständig digitalisiert vor. Und damit erreichen wir neue Kursformate, die zwar nicht flächendeckend, aber an manchen Hochschulen schon im Angebot sind. Es handelt sich dabei um Online-Kurse, die On-Campus angeboten werden und intensive Betreuung nach sich ziehen oder um Massive Open Online Courses, die MOOCs, mit denen klassische Bildungsangebote erweitert werden können. Als Beispiel hier unser MOOC Kontrastives Aussprachetraining für arabische Deutschlerner, ein MOOC, der die Alltagswirklichkeit von Flüchtlingen respektiert und sie in ihrer Muttersprache in die deutsche Sprache hineinführt. Entstanden ist dieser MOOC durch eine intensive Kooperation zwischen der On-Campus GmbH an der FH Lübeck und dem Virtual Linguistics Campus an der Philips-Universität Marburg unter Einsatz erheblicher personeller Mittel gepaart mit allem, was die Digitalisierung benötigt, inhaltliches und webtechnologisches Know-how und eine mehrjährige Erfahrung als MOOC-Anbieter. Mit ca. 1700 Teilnehmern ist dieser MOOC Deutschlands größtes Online-Kurs-Angebot für arabische Flüchtlinge, bei dem ein hoher Betreuungsaufwand dadurch entsteht, dass Rückmeldungen über die sozialen Netzwerke in drei Sprachen notwendig sind. Die Permanent MOOCs, PMOOCs, schließlich, sind permanente offene Online-Kurse, die nun die zeitliche Bindung komplett auflösen und den Teilnehmern ihr Lerntempo komplett selbst überlassen. Wie hier im PMOOC Linguistics 101 einem unserer fünf linguistischen permanenten MOOCs gezeigt, ist auch die Inhaltsvertiefungsphase nun komplett automatisiert. Alle Szenarien der Digitalisierung finden sich in den PMOOCs wieder. Es ist die allumfassende Maximalstufe der Digitalisierung, bei der sukzessive auch inhaltlich adaptive Elemente über Learner Analytics Eingang finden. Und was bringen uns all diese Lehr- und Lernformate? Nun, zunächst lösen sie die Probleme der klassischen Lehre, wie zum Beispiel das Skalierungsproblem oder die inhaltliche Quantitätssicherung, das heißt, die Inhaltsvermittlung kann ja nun ab Stufe 2 nicht mehr ausfallen. Und, schließlich, das haben neue Ergebnisse gezeigt, diese Formate ermöglichen auch neue Präsenz-Szenarien in der Vertiefungsphase, die die Monotonie klassischer Frontalveranstaltungen durchbrechen. Mit Online-Formaten on Campus können sie Verhinderungsprobleme lösen, als Beispiel seien hier die Probleme durch Krankheit oder Stundenplan-Kollision auf studentischer Seite genannt. Ja, und mit den MOOCs und den PMOOCs können wir nicht nur offene Bildungsangebote machen, sondern auch unseren eigenen Studierenden Möglichkeiten an die Hand geben, ihre Inhalte zu vertiefen oder sich diese in erster Linie überhaupt anzueignen. Die Digitalisierung der Lehre auf den gezeigten Stufen klappt aber nur bei entsprechender Förderung, die ich hier mit drei Punkten untermauern möchte. Es müssen Förderlinien geschaffen werden, die nicht mehr den üblichen Projektstatus haben und an die jährlichen Zuweisungsprinzipien gebunden sind. Durch die derzeitig herrschende Förderungspraxis erreicht man weder Nachhaltigkeit noch Motivation, sich für solche Projekte zu bewerben. Zusätzlich sollten die Fördermittel als Drittmittel definiert werden, um das Zeitvertragsgesetz für wissenschaftliche Mitarbeiter nicht ständig als damortiges Schwert im Nacken zu haben. Zweitens, man kann von keinem Mitarbeiter einer Behörde verlangen, über alle Kenntnisse der Digitalisierung zu verfügen, die die Entscheidungen über die Mittelvergabe ermöglichen. Daher sollten Expertenräte eingesetzt werden, die bei der Entscheidungsfindung helfen. Drittens, die Zeitkontingente von Lehrenden, die sich der Digitalisierung ihrer Lehre nicht verschließen, sollten neu gedacht werden. So zum Beispiel bei der Neudefinierung von Lehrdeputaten, zum Beispiel für die Onlinebetreuung, aber auch durch eine allgemeine Wertschätzung ihrer Digitalisierungstätigkeit, zum Beispiel durch Freisemester oder durch die Aufnahme von digitaler Lehre in das allgemeine Qualifikationsprofil von Hochschuldozenten. Ich hoffe, dass meine Ausführungen die entsprechenden Impulse erzeugen, um eine flächendeckende Digitalisierung der Lehre zu erreichen und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.